ok da ist was ich glaube wir probieren jetzt mal den prototypen aus ist hier noch was nee hier scheint schluss zu sein attacke mist verfehlt hier ist nichts mehr da sollte man vielleicht mal reingehen da ist klar in einer sekunde alles vollgeschleimt das kommt als nächstes hier ist also nix gehen wir mal weiter vielleicht soll man da mal rein wo sind wir denn nun das ist in einem raum ja Buchflatter so den nehmen wir mal schnell auf ähm eh so ich glaube das war alles sind wir fertig kommt hier denn noch was und wo ist der klasse 5 animator ich habe das misting hierher verfolgt ähm da so alles klar war der falle da ist der zweite so dann ist der zweite gut so so auf ihn jetzt freiz mal aber hier rein mit denen rein mit dir so gut ich glaube das war alles gute arbeit da war schon einiges nötig ja ich bin in der nähe der spezialsammlungen hier ist jemand den du immer mal wieder treffen wolltest wir sind auf dem weg okay ähm hier ist nix weiteres nein schön auf die zucker achten die machen einen fertig wenn man nicht vorsichtig ist okay oh bist du okay ich habe langsam schnotze voll von büchern da ist was so auf sie oh ich habe mich am finger geschnitten ich habe mich am papier geschnitten so ist hier noch was und guck's denn so ist hier noch ein paar papier fetzen ja ja was ist das denn da die graue dame hab ich doch schon ich habe auch die schnauze voll mit diesem geräusch kommen wir näher ich habe nicht ein einziges wort davon verstanden ray ray so oh oh auf sie auf sie so sind wir noch mehr ich glaube nicht ganz schön gruselig so dann könnten wir noch hier den schockstrahl könnten wir noch mal updaten also dass er nicht so heiß läuft gut ach ey ich will noch weiterbauen äh kaufen das könnten wir uns auch noch mal kaufen reduziert wanderbewegung des strahls also dann können wir gerader schießen ähm ich würde gerne auch noch den sprengstrahl fokussierung kaufen reduziert wanderbewegungen des strahls mit links klick feuern gut äh achso das haben wir schon gekauft äh dann nehmen wir das hebt bewegungseinschränkungen auf ein links klick feuern so das haben wir auch schon gekauft okay dann gehen wir mal runter bosonpfeil superaufladung das könnten wir nicht kaufen wir haben nicht genug geld ähm im besitz das könnten wir auch noch kaufen imbo dosierungsraten verbesserung das nehmen wir auch mal okay sagen wir noch 4000 4000 die gibt es gar nicht mehr 4.000 ne okay dann machen wir mal weiter so na was ist nun los ach ein film winston wo zum kuckuck bist du im zeitschriftenarchiv ich sehe mir die tabelle vom spiel der nix gestern abend an warum erzähl uns mir über den sammler winston dieser sammler soll die graue dame benutzt haben um seltene bücher von ihr zu bekommen vor allem einen mit namen gozer kodex toll ja und als sie herausfand was er vorhatte verließ sie kluge frau nicht wirklich offenbar ermordete er sie deshalb die graue dame war sein erstes opfer aber er hat mehr getötet und lass mich raten er sammelte ihre körper genau wie er bücher sammelte bingo ray du schuldest mir ein essen und noch etwas zum sammler sekunden bevor er gehängt wurde sagte er er käme als arztetlor zurück eine art gott um die bibliothek und jedes seltene buch dort zu bewachen hört sich nach einem bücherbohrmann hört sich nach unseren üblichen kunden an tja so ich glaub es lädt ja er lädt jetzt weiter wir haben jetzt ja schon ganz viel karte gehabt jetzt muss man mal eine neue laden ich finde das gut vom spiel dass jetzt ganz wenig lade dings sind so weiter geht's ach ein kleiner panda ok ich behaupte nicht das wäre ein schlechtes zeichen aber es ist definitiv kein gutes ja so da wurde er weggeschleudert von der tür von monster arm na was willst du jetzt nicht reingehen ok gehe ich halt rein so da gehen wir am besten mal durch vorsichtig ja das ding ist hier irgendwo oh oh da drin ist jemand ach ein plüschtier hm ich komme nicht rein warte mal so jetzt können wir mal gucken oh komm raus wo immer du steckst oh man wir sind nicht allein irgendwas war das oh na ich muss vorsichtiger sein wusst du wirklich bist du ok so wo sind wir denn nun das sind das sind Kinder was sagen sie die sagen Mama was ist das denn hier ok ich glaube die wollen uns auch was sagen was hat Hoover sonst noch gesammelt ok dann wollen wir mal weiter gehen vielleicht wollen die ja sagen dass sie ja der Panda vielleicht ermordet als Mutter dann schreien die da rum dann sind die ja hier sind ganz traurig weil sie alle ermordet wurden die Mütter vielleicht von der Settler war auch der Sammler genannt wer weiß die Story kapiere ich hier nicht in diesen Dings in den Raum bye das ist richtig Kumpel ok bye hier ist es Spezialsammlungen diese Räume sind voll seltener und wertvoller Bände oh ok sie ist mit Egan hier drin keinen Laut gut im Moment auch